Nach nun zwei Jahren ist das Projekt NextGenRM erfolgreich beendet. Richtig und die nächste Generation der additiven Fertigung ist jetzt Realität. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Hier befindet sich nun ein vollautomatisiertes Produktionssystem, was skalierbar ist und eine 24-7 Fertigung gewährleistet. Der Prozess beginnt bei der Rüststation. Hier entnimmt ein Roboter eine Bauplattform aus einem Plattenlager und bestückt diese. Der gesamte Pulverkreislauf ist komplett abgeschlossen. Hier sehen wir die Pulverstation. In der Pulverstation wird das Pulver aufbereitet und über die entsprechenden Leitungen zur Maschine transportiert. Die M404 ist das Hörststück der ganzen AM-Fertigung. Hier werden die Teile produziert. Das AGV übernimmt alle logistischen Aufgaben in der Zelle. Und auch der Leitstand spielt eine Rolle, denn er weiß immer, was, wann, wo, wie zu sein hat. Auch dieser Auftrag ist gerade über den Leitstand gesteuert. So bringt der AGV nun den Baujob zum nächsten Prozessschritt. In diesem Fall die Auspackstation. Aufgrund der Skalierbarkeit des Systems haben wir nun die Möglichkeit, jeden Einzelschritt so zu vervielfältigen, dass wir am Ende einen maximalen Auslastungsgrad gewährleisten. Auch die gesamte Nachbearbeitung erfolgt komplett automatisch. Der Roboter transportiert die Bauteile von der 3D-Vermessung über den Ofen bis hin zur Säge. Die komplette Nachbearbeitung der Bauteile erfolgt flexibel. Somit werden je nach Bauteil und Anforderung der Industrie nur diejenigen Prozessschritte angefahren, die auch wirklich notwendig sind. Das ist zeit- und kosteneffizient. Die NextGenRM-Fabrik ist digital und autark und unterliegt keinen Standprozessen. Digital ist das Stichwort des Leitstands. Hier laufen alle Fertigungsaufträge zusammen, können überwacht und gesteuert werden. Des Weiteren sind alle relevanten Dokumentationen hinterlegt sowie alle Quality-Reports. Somit gehört ein Suchen in Ordnern der Vergangenheit an. Unterschiedlichste Bauteile können in der 3D-Druck-Ferstigung jetzt parallel und flexibel produziert werden. Und das Ganze funktioniert 24-7. Transparent, effizient und hochgradig automatisiert. Sie haben jetzt einen kurzen Einblick in die neue Welt der 3D-Ferstigung erhalten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, Informationen benötigen oder eine Beratung, kontaktieren Sie uns.